Noch vor wenigen Tagen schien es völlig sicher, dass die EZB heute die Zinsen um 0,5% anheben würde. Aber dann, aber dann, dann gab es diese Turbulenzen um die Banken, die Bankenkrise, ein paar Insolvenzen, ein paar Schwierigkeiten einer etwas größeren Europäischen Bank gestern mit der Credit Suisse und jetzt ist irgendwie alles anders. Manche sagen, ihr solltet die Zinsen gar nicht anheben und erstmal abwarten. Andere sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie einen kleineren Zinsschritt machen bei 0,25% statt eben 0,5%. Aber das große Problem, das die EZB jetzt hat, ist, dass sie als erste große Notenbank auf diese Bankenkrise reagieren muss und die ersten sind immer diejenigen, die ein Stück weit die Leitplanken setzen und das ist nicht unbedingt die Stärke der EZB, wie wir gesehen haben, etwa in der Einschätzung und vor allem Behandlung dann des Themas Inflation. Da war die FED ja viel schneller, auch wenn die schon weit hinter der Kurve gewesen waren, sehr lange davon gesprochen haben, Transitory und so weiter. Lagarde hat noch Ende 2021 für 2022 praktisch Zinsanhebungen ausgeschlossen und das, obwohl die Erzeugerpreise, also die Kosten für die Unternehmen schon bei plus 26% zum Vorjahresmonat lagen. Da hätte jeder, der eins und eins zusammenzählen können, eigentlich sagen müssen, nee, 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 da müsst ihr was machen, diese Inflation ist nicht so Transitory. Das Problem kommt noch auf euch zu. Die EZB war praktisch die Notenbank, die am weitesten hinter der Kurve war und jetzt als Erste eben auf diese Bankenkrise reagieren muss. Schauen wir uns mal ein paar Headlines an, die wir hier bei Finanzmarktwelt in den letzten Tagen und Wochen hatten. Schnabel, die deutsche Märkte könnten Inflation unterschätzen. Nagel, auch der deutsche. EZB könnte auch nach März robust weiterstrafen müssen. Ergo Zinsen anheben. Dann Zinsgipfel durch den Geldmarkt erst 2024 gesehen. Also bis 2024 steigende Zinsen. Der Chefvolkswirt, Lane, der eigentlich sehr doffisch ist. Zinsen dürften viele Quartale hoch bleiben. Und in letzter Zeit ist vor allem eine scharfe Debatte entstanden zwischen vor allem den Vertretern der Südländer, die sagen, hey, macht mal langsam mit den Zinsen, wartet doch erstmal ab, wie das Ganze wirkt. Erstens und zweitens konzentriert euch doch auf die Gesamtinflation und nicht nur auf die Kerninflation, denn das war zuletzt stärker aufgekommen. Dieser Fokus also auf diese Inflation ohne Nahrung und Energie, nennt man Kerninflation, und dementsprechend war das ein ideologischer Streit, der natürlich einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, weil die Südländer viel stärker verschuldet sind als die Nordländer. Und dann Madame Lalala Garde noch kürzlich gesagt, also ganz sicher werden wir die Zinsen um 0,5 Prozent dann anheben. Und das schnabelt die Deutsche, die gesagt hat, also diese Straffungen, unsere Zinsanhebungen, die Bilanzreduzierung, das hat praktisch ja gar nichts bewirkt. Sehen wir doch an der Inflation, die nach wie vor viel höher ist, als eben die EZB selbst erwartet hat. Also jetzt kommt man natürlich in die doofe Situation. Angesichts der Bankenkrise wird man vorsichtiger. Auf der anderen Seite kannst du jetzt nicht anfangen, das Signal wieder zu geben. Leute, wir werden bald die Zinsen senken, sonst kriegst du dieses Inflationsproblem eben überhaupt nicht mehr in den Griff. Manche sagen, die EZB wird trotzdem um 0,5 anheben. Ein ehemaliger Direktoriumsmitglied der EZB, Binix Magi, der sagt, wartet ab, guckt doch erstmal, wie die Lage sich entwickeln wird. Aber entscheidend eben, dass die EZB jetzt wie gesagt als erste reagieren muss. Und ich hatte hier schon gezeigt, man ist immer gespaltener bei Zinsen und Inflation. Diese Diskussion, die stattfindet, Lagarde selbst hat gesagt, die Inflation ist ein Monster, dem wir auf den Kopf schlagen müssen. Wir sehen, dass jetzt die Bankenkrise hier rechts in diesem Chart, nämlich die Market Rate Hike Expectations für die EZB, deutlich nach unten gegangen sind, von 0 über 0,5 jetzt für diese Sitzung oder von 0,5 auf jetzt nur noch ganz knapp über 0,25. Also man kann sagen, die Märkte gehen davon aus, dass die FED, die Zinsen, die FED, sag ich schon, die EZB, die Zinsen um 0,25 Prozent anheben wird. Und hier unten sehen wir eigentlich den Grund wahrscheinlich. Credit Default Swaps für die Credit Suisse, die sind geradezu explodiert, vor allem nochmal gestern, aber dann, gestern Abend Beruhigung, denn es wurde angekündigt, dass hier Stabilisierungsgespräche zwischen der Credit Suisse und der S&B, der Schweizer Notenbank, stattfinden würden. Das hat dann gestern die US-Märkte schon ein bisschen nach oben gezogen. Und siehe da, es kam dann so, die S&B wird im Bedarfsfall der Credit Suisse Liquidität zur Verfügung stellen, so sagt die Schweizer Notenbank, bis zu 50 Milliarden Franken, So hören wir heute. Die Credit Suisse hat dann gestern auch eine Presseerklärung rausgegeben, wo man praktisch vorwiegend auch von den Fortschritten bei der Kosteneinsparung berichtet. Also man zeigt geradezu als bestes Asset, das man hat, vor, dass man Personal abbaute, könnte man letztendlich formulieren. Zero Hedge sagt hier auch, also das ist sozusagen eine Notkapitalinjektion, die hier stattfinden soll. Aber es wird der Credit Suisse nur das bringen, dass sie eben praktisch jetzt nicht bestimmte Assets liquidieren muss, aus ihrem Portfolio zwangsverkaufen muss und das wird nicht passieren. Also das muss sie dann nicht mehr, aber es dürfte eben der Kapitalabfluss aus der Credit Suisse weitergehen. Und wenn wir jetzt nochmal zur Retterin kommen, der Schweizer Nationalbank, dann sprechen wir hier von einer Notenbank, die im letzten Jahr 132,5 Milliarden Fränkli Verlust gemacht hat. Jetzt ist das BIP der gesamten Schweiz im Jahr 2022 bei 771,5 Milliarden Fränkli gewesen. Das heißt, etwa ein Sechstel um und bei 16 Prozent des gesamten BIPs hat die Schweizer Nationalbank vor allem durch Währungsverluste verloren. Das heißt, man hat mal eben ein Sechstel der gesamten Wertschöpfung irgendwie verloren mit praktisch Geschäften, die jetzt eher in Richtung Hedgefonds irgendwie erinnern. Die Schweizer Nationalbank ist ein großer Halter, vor allem von amerikanischen Tech-Aktien, Apple und Konsorten. Das ging lange natürlich hervorragend. Die S&B hat Gewinn gemacht, aber im letzten Jahr ging es dann nicht mehr so hervorragend. Und Steve Eismann hatte gestern Abend in einem Gespräch bei S&B gesagt, also die Schweizer Aufsicht, nämlich die Bankenaufsicht, die besteht insgesamt aus um und bei 200 Leuten. Da meinte er, da sind von der BaFin schon in der Deutschen Bank mehr drin als diese 200. Aber der Schweizer Bankensektor ist ja sehr, sehr groß. Es sind die Credit Suisse, die UBS, zwei absolute Top-Banken, Weltbanken, könnte man sagen Top, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Großbanken. Das ist mal klar, die schon in der Champions League der Banken mitspielen. Und da ist also wenig Aufsicht, da ist wahrscheinlich, wie Steve Eismann sagt, wissen die bei der Schweizer Nationalbank gar nicht, was da wirklich los ist in der Credit Suisse. Also das zeigte, dass man da letztendlich in ein schwarzes Loch hinein ein Zahlungsversprechen gibt. Hier sehen wir mal, wie Jerome Blockland zeigt, was allein im vierten Quartal von der Credit Suisse an Geldern abgezogen wurde. Nämlich 140 Milliarden Franken, das entsprach 37 Prozent der gesamten Assets. Der Credit Suisse, heute hat übrigens der Chef oder Präsident der Saudi National Bank, der gestern diese ganzen Turbulenzen auch mit ausgelöst hatte mit seiner Aussage, nein, wir werden da keine Liquidität in die Credit Suisse nochmal zuführen, und hat gesagt, ja, also hier sehen wir, dass alles gut ist. Ich sehe überhaupt nicht, dass die noch mehr Kapital brauchen. Also kaum sagst du, wir schießen kein Kapital mehr rein. Die Märkte geraten in Panik, dann muss die Notenbank intervenieren. Und derjenige, der die Panik zumindest ausgelöst hat, nicht verursacht hat, der sagt dann, oh, ist doch alles gut, die Bank braucht nicht mehr Kapital. Kannst du keinem erzählen, so lustig ist das. Schauen wir uns mal die Liste an, der Credit Suisse, was die alles verbockt hat. Hier Sanktionen, Verstöße gegen Sanktionen 2009, gegen US-Sanktionen, dann wegen Steuerproblematiken 2014 Strafe, nämlich 2,6 Milliarden Dollar, net schlecht. Dann war man vorwiegend das große Opfer der Archegos-Pleite. Da haben andere Großbanken, haben sich vorher noch schnell zurückgezogen. Die Credit Suisse blieb dann auf ihren Verlusten sitzen. Dann dieser Greensill Collapse. Dann hier Betrugsvorwürfe gegenüber Investoren 2022. Dann die SEC segnet die Bilanz nicht ab und so weiter und so fort. Also das ist schon eine, wie soll man sagen, eine beachtliche Liste. Und all das führt dazu, dass eben jetzt praktisch nur noch die Chance gering ist, dass die EZB heute die Zinsen wirklich um ein halbes Prozent anheben wird. Aber schauen wir mal, wenn sich die Krise jetzt mit der Intervention, zumindest die Credit Suisse-Krise mit der Intervention der SNB ein bisschen beruhigt. Vielleicht sagen sich dann die Notenbänker um Lagarde. Pass auf, da machen wir doch einmal ein 0,5er. Wer weiß es schon. Aber kommen wir jetzt mal zum Big Picture. Bankenkrise, Zinsen, Liquidität. Sie verstehen, was ich meine, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Sektoren gestern an der Walls die der besten waren. Das war Communication Services, Utilities, Consumer, was war das? Und auf jeden Fall hier Technology hier weit vorne, Consumer Discretionary und solche Sektoren sind dann eigentlich stark, wenn wir schon voll in einer Rezession sind. Also wenn wir praktisch mitten in einer Rezession sind und es fast nur noch besser werden kann. Untypisch. Normalerweise sind wir noch nicht in einer Rezession. Die müsste kommen, die wird sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Fast geradezu sicher, könnte man sagen. Morgan Stanley sagt jetzt hier zum Beispiel, es gibt acht Hauptgründe, warum eine Rezession jetzt kommen wird. Tightening of Credit Conditions. Ich hatte gestern versucht zu zeigen, dass vor allem die Regionalbanken in den USA jetzt alles Geld zusammenhalten, weil sie ein Eigenkapitalproblem haben, kaum mehr Kredite vergeben dürften. Also werden die Kreditvergabestandards strenger werten. Wir sehen Reduced Velocity of Geld. Also praktisch Geldmengenumlauf verlangsamt sich. Und eben dann auch noch die abnehmende Gewinnsituation der Unternehmen, die sich ohnehin schon abzeichnet. Wir haben ja jetzt doch eine ziemlich schwache Berichtssaison an der Wall Street erlebt. Übergeordnet. Jedenfalls hier ist auch Goldman Sachs. Die sagen, wir heben unsere Wahrscheinlichkeit an, dass die USA in einer Rezession fallen. Davor hat man das nicht gesehen. Gestern Thorsten Swogh von Apollo, der gesagt hat, wenn die Fakten sich ändern mit diesem Kreditevent, dann muss ich eben auch meine Meinung ändern und erwarte jetzt eben ein Hard Landing. Und das sehen wir letztendlich in den Märkten. So fällt ein besonders konjunktursensitives Metall wie Kupfer gestern deutlich. Wir sehen, dass sich die Zinskurve wieder deutlich versteilt. Also immer mehr reinvertiert sozusagen. Diese Invertierung praktisch rückgängig macht in Rekordtempo. Wenn die Kurve dann nicht mehr invertiert ist, beginnt normalerweise die Rezession so schnell, wie das derzeit geht. Das deutet darauf hin, dass das schon sehr, sehr bald passieren wird mit dieser Rezession. Und wenn wir dann auch nochmal den Arbeitsmarkt sehen, nämlich die Arbeitslosenquote vergleichen mit den Zinskurven, respektive den invertierten Zinskurven, dann sehen wir, dass auf dem Tiefpunkt der Invertierung dann die Drehung beginnt, auch in Sachen Arbeitslosigkeit. Das heißt, die niedrige Arbeitslosigkeit wird dann höher, sobald sich eben die Zinskurve versteilt wieder aus der Inversion heraus. Hochgradig interessante Beobachtung. Und die korrespondiert dann auch mit der Abnahme der globalen Dollarliquidität. Wir haben ja gesehen, der Dollar ist stärker geworden wieder angesichts dieser Bankenkrise. Da müssen viele Leute sich enthebeln. Viele sind eben in Dollar verschuldet. Und versuchen dann eben hier die Geschichte irgendwie zu bereinigen, die Schulden abzulösen. Kassandra, also Michael Berry, der ja eigentlich als Umkehr gilt. Der hat gestern gesagt, naja, also im Grunde ist jetzt alles getan worden, um diese Bankenkrise zu lösen. Also der sagt, alles gut, Jungs, macht euch mal locker. Und deswegen sagt JP Morgan, also wenn die Fed, die ja nächste Woche dran ist mit den Zinsen, jetzt aufhören würde, die Zinsen anzuheben, dann wäre das ein fatales Signal. Na, schauen wir uns mal ein paar Dinge an zum Markt. Wir sehen hier S&P 500 Daily mit einer Erholung. Ja, dann die Junk Bonds dagegen haben sich nicht erholt, könnte man als negative Divergenz sehen. Wir sehen auf der anderen Seite, der Wichs noch vergleichsweise niedrig. In Krisen ist er eigentlich immer mindestens bei 40, dass er zumindest einmal auf die 40er Marke steigt, so eine Panik-Situation entsteht, die dann sozusagen die Voraussetzung für die Wende nach oben dann bietet. Das haben wir zumindest bisher noch nicht gesehen. Auf der anderen Seite sehen wir den Nasdaq gestern im Plus 0,4 Prozent, aber gleichzeitig sind nur 28 Prozent der Nasdaq-Aktien gestiegen. Es waren also wieder die Dickfische, eine Microsoft, eine Amazon, wie sie alle heißen, die Google, Meta, die gestern eben die Märkte gezogen haben. Also ziemlich miserabler Breath. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass hier der Nasdaq am meisten profitieren könnte, wenn die Renditen weiterfallen. Und die sind ja im freien Fall derzeit. Dementsprechend derzeit. Und solange das mit den Renditen so passiert, der Nasdaq, der stärkste Index in den USA, schafft er es, diesen Abwärtstrendkanal jetzt rauszunehmen. Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Und ich hatte gestern schon gesagt, dass viele Leute, Privatleute oder institutionelle Gäste in den letzten Tagen massiv Geld verloren haben. Das trifft auch auf CTS zu. Also diese Commodity Trading Advisors, diese Vermögensverwalter in den USA, die haben die siebte schlimmsten Verluste seit 2005 erlitten am Freitag und am Montag. Ich denke, da könnte dann gestern auch noch einiges dazugekommen sein. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das tut natürlich weh. Und abschließend noch Geopolitik ein bisschen. Die Amerikaner wollen offenkundig jetzt die chinesischen Eigner von TikTok. Die Gründer etwa haben noch 20 Prozent, die chinesischen Gründer an TikTok. Die wollen sie rausqueasen, sonst würden sie TikTok in den USA verbieten. Die Folge war, Snap und Meta sind gestiegen. Also die Konkurrenten sind gestiegen. Auch das sozusagen eine ziemliche Attacke letztendlich auf chinesische Tech-Konzerne seitens der US-Regierung. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, jetzt noch. Bankenkrise, Gruppen, erhöhte US-Rezessionswahrscheinlichkeit. Warum, wieso, weshalb? Erster Artikel, zweiter Artikel. Ja, wie schaut es denn aus? Große EZB-Zinserhöhung und Frage gestellt. Ausblick auf die heutige Entscheidung. Alles, was Sie wissen müssen zur EZB, 13.30 Uhr haben wir US-Daten, 14.15 Uhr die Entscheidung der EZB, 14.45 Uhr die glorreiche, hochkompetente Pressekonferenz wahrscheinlich von Frau Lagarde. Da sollten Sie reinschauen bei Finanzmarktwelt. Heute Abend ja kein Marktgeflüster, morgen auch nicht. Es sei denn, irgendwie kommt ein Extremfall, dann würde ich, bin nicht zu Hause, mit dem Handy vielleicht mal ein kurzes Statement geben. Aber ansonsten wünsche ich Ihnen das allerbeste, schönes, vorgezogenes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich dann am Montag. Ich sage Servus und Ciao.